Melden Sie sich als erstes bei my.matterport.com an. Navigieren Sie nun zur gewünschten Tour und klicken auf Add-ons. Klicken Sie nun auf MatterPack. Sollten Sie das MatterPack das erste Mal herunterladen, müssen Sie erst den Kauf bestätigen. Der Preis richtet sich nach Ihrem Vertrag. Mehr Informationen zum MatterPack finden Sie auf unserer Webseite.